Nach der Auftakt-Euphorie gab es erst mal den Auswärtskater inklusive Hitzekoller. Dynamo-Coach Markus Anfang hatte Gesprächsbedarf und redete sich nach dieser 0-1-Niederlage. Den Kopf heiß und das bei 30 Grad. Sandhausen, der Zweitliga-Absteiger, nach 11 Jahren Liga-Zugehörigkeit mit dem deutlich besseren Start. Er will mit dem Foulspiel, er sei mit dem Freistoß. Stolze rauscht da heran. Deswegen muss Drillaccia, der Dynamo-Keeper, zu diesem Ball auch hin. Der Stolze hätte das Ding sonst noch mal scharf machen können. Hier ist schon wieder dieser Stolze. Hier sind 10 Minuten gespielt. Nächste Möglichkeit für Sandhausen, die im Hartwald-Stadion erst mal Vollgas gaben. Von Beginn an die bessere Mannschaft waren. Dresden zwar mit mehr Ballbesitz, aber Sandhausen mit guten Kontern, vor allen Dingen defensiver Stabilität. Parkmal mit einem Standard für Dresden. Das ist Nikolai Rehnen. Der macht das Spiel schnell. Top-Abschlag auf den Mann. In den Fuß von Elich. Das ist Elsein gegen Borkowski. Elsein. Elsein. 1-0 für Sandhausen. Schönes Tor. Und der erste Knockdown für Dynamo Dresden. Hier nochmal von hinten. Toller Abschlag von Rehnen. Gute Ballbehandlung von Elich. Borkowski sieht das Unheil kommen, aber greift nicht ein. Hier gegen Elsein. Und dann ist die Bahn frei. Und die Sicht auch noch begrenzt für Keeper Drillacca. Was da noch keiner wusste, es war das Tor des Abends. Borkowski hätte es außerhalb verteidigen können. Und Keeper Stefan Drillacca fehlte vielleicht ein bisschen der Durchblick. Es ist Kuba Lewald in dem Moment, wie als Denno ausgespielt wird. Und Elsein in die Mitte zieht. Es ist Kuba genau in meinem Sichtfeld. Ich sehe den Ball sehr spät. Und dann halt leider nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Und was macht eigentlich Ex-Kapitän Tim Knipping? Hier beim Treffer. Volljubel. Er erlaubte es sich selbst gegen seine Ex-Mannschaft. Als hätte er das Tor selbst erzielt. Es läuft quer über den ganzen Platz. Und das kostete Kraft. Ich habe es gesagt. Es waren 34 Grad. In der Sauna Hartwaldstadion. Die Spieler tranken. Die Fans zogen blank. Dynamo. Das war ein bisschen der Hauptmannschaft. Der starke Hauptmann auf Borkowski. Aber es wollte einfach nicht klappen. An diesem Abend im Hartwaldstadion. Tim Knipping hatte dort hinten alles im Griff bei den Weiss-Schwarzen. Dann war Pause. Kalte Getränke drin. Und ein bisschen Wasser für den geschundenen Rasen. Zweite Hälfte. Besserer Start für Sandhausen. Dennis Diekmeyer, der Kapitän, hebt den Kopf. Hier ist elich. Elich mit der 100-prozentigen. Jetzt muss das vorgesehen werden. Es ist ein gute Teil der Welt. Wir schauen uns das nochmal an. Dynamo. Komplett unsortiert da hinten. Hier bekommt Diekmeyer den Ball. Hier hebt er schwarz-gelb komplett aus. Ähnlich ist ein Linksfuß. Er bekommt die Kugel nicht richtig mitgenommen. Der Schiedsrichter Matthias Jüllenbeck hat das geschenkt. Der Schiedsrichter Matthias Jüllenbeck mit seinem schwachen Rechten. Glück für Dynamo Dresden in der Frühphase der 2. Halbzeit. Dynamo mit Hauptmann. Wieder der Versuch durchs Zentrum. Da ist alles eng. Das ist Simmerschied. Und war da was? Tom Simmerschied versucht es mal hier sehen, was deutlich einzufädeln. Mit der Schwalbe hat er Glück, dass es Schiedsrichter Matthias Jüllenbeck nicht geahndet hat. Dann dieses Geschenk von Rehnen. Schaeffler organisiert den Ball. Wieder Borkowski. Und wieder wird der Ball geblockt. Dynamo zu unentschlossen, zu unpräzise. Und dann bei den 2. Bällen auch so ein bisschen lethargisch. Und Markus Anfang hat nun wirklich den Kanal voll. Es geht rein in die Schlussphase. Wieder der eingewechselte Manuel Schaeffler. Kapitän Stefan Kutschke mittlerweile müde auf der Bank. Holt hier die Ecke raus mit all seiner Erfahrung. Und all seiner Physis. Der nächste eingewechselte, Jonathan Meyer mit links. Paul Will. Zimmerschied. Die beste Möglichkeit für Dynamo Dresden. Das Flutlicht war an. Zimmerschied mit feinster Technik. Hier die Verlängerung von Will. Dropkick in Lichtgeschwindigkeit. Über den Querbalken. Beste Chance. Riesenchance auf den Ausgleich. Aber irgendwie sollte es nicht sein. Letzte Möglichkeit in diesem umkämpften Spiel. Schaeffler geht zu Boden. Getroffen von Geschwill. Matthias Jöllnbeck hat es gar nicht so richtig wahrgenommen. Hier der Check. Der ist gar nicht so schlimm. Aber was passiert mit dem linken Arm? Handspiel im 16er. Wir kontrollieren. Super Zeitlupe. Leicht der Oberarm. Eine Kannentscheidung. Aber Jöllnbeck hat es gar nicht gesehen. Und deswegen gab es am Ende auch nicht mal den Pfiff. Dann war Feierabend. Dynamo Dresden verliert in Sandhausen. Und das irgendwie unglücklich. So zumindest sehen es die Schwarz-Gelben. Ich finde, heute das Spiel ist kein Rückschlag. Wir haben hier gegen eine Mannschaft gespielt, die der absolute Favorit ist. Und ich glaube, wir waren heute optisch die bessere Mannschaft. Wir haben wenig zugelassen vom Gegner. Aber wir waren nicht zwingend genug. Wenn ich überlege, wie oft ich mir an den Kopf fassen muss, wie oft Sandhausen teilweise Vogelwild rausgestürmt ist und wir es leider nicht geschafft haben, die Räume zu bespielen. Ja, also es tut einfach brutal weh. Vor allem nach sieben Stunden Fahrten. Jetzt halt das Ganze nochmal zurück, dass wir halt leider nichts Zählbares mitnehmen. Weil meiner Meinung nach waren wir die bessere Mannschaft. Und wie gesagt, wir haben es nur nicht geschafft, die Chancen rauszuspielen. Großer Frust also bei Dynamo Dresden. Nur der Ex, der Ex-Kapitän, der war happy. Ja, es ist natürlich ein ganz besonderes Spiel heute gewesen, weil man drei Jahre bei dem Verein war. Ein einzigartiger Verein. Wenn man das heute wieder sieht, wie viele Fans hier mitgefahren sind, Freitagabend, ist natürlich was Besonderes. Und ich kenne viele Jungs gut. Ich habe tagtäglich mit ihm verbracht. Deshalb war das natürlich ein besonderes Spiel für mich heute. 1400 Dresdner Fans waren mit im Hartwaldstadion und am kommenden Dienstag dürften es dann wieder knapp 30.000 sein, wenn Dynamo Waldhof Mannheim empfängt. Dann hoffentlich kreativer und effektiver. Ich bitte auch deshalb noch auf ihn aus. Ich bitte auch da mit legen. Kennen Sie sch mich jetzt wieder auf Rep Scriptures zu verwenden und Kommt Mäuf vegane in weil Amer kuin Mäuf first war. Ich lever die Sanhedronming auf Provided.